aber die anderen Sachen nicht sehen dieses Arschloch dieses Arschloch man musste unbedingt das gemacht haben der erste wieder Hunde 4 und 2 muss ich jetzt folgen 4 ja da war ja schon im Vierer passt sehr gut 4 und 2 oh schon wieder 6 wird immer regnen und alles kurz da gehabt dass die Kotzkler wieder wegrennen wird ich rede mir jetzt safe erwartet dass die wegrennt ich würde trotzdem behaupten es gibt fix noch ein weiteres Gebiet ich würde safe noch behaupten ich glaube dass das nicht alles sein kann oder dass du halt quasi in diesem jeweiligen Gebiet halt quasi noch so viel dermaßen erleben kannst oder neu dazukommt oder irgendwas kann ich mehr vielleicht erforschen aber glaube ich nein entweder Map Erweiterung ich bin die ganze Zeit ich kenne Team Ninja die machen gerne Map Erweiterung oder also in dem Fall eher Region Erweiterung dass du sagst du bist dann bei der nächsten Region und dann noch eine dritte vielleicht noch zusätzlich dass du drei verschiedene Regions hast oder zwei jedenfalls zumindest weil wenn ich mir überlege wie viele Nebenquests und alles drum und dran ich noch das so ein bisschen habe sage ich eher so nur so 50-50 dass du sagst du hast zwei Gebiete also wirklich sagst du hast aber nur zwei Gebiete und tschüss sagst du halt die Hunde sind die Hühner in Assassin's Street oder die kannst einfach nur mit Glück abwehren sonst bist du ein Walsch die kannst einfach nur mit Glück abwehren anders geht's nicht das geht's nicht das kostet aber jetzt extra burlig es ist zwar nicht viel aber bitte nimm das gib lieber her gib einfach nur her und ich bin schon wieder weg einfach nur her geben und tschüss da hat die Affe mein Havara jetzt ist auch schon wieder wurscht jetzt kannst du schon wieder scheißen das ist ja ein Witz der Eingang der Eingang ist ein Witz der hättest auch wieder reingekommen können bis deppert wie bei einer Wohin hab nix gesagt Schwert paar Mal wär auch nicht schlecht wenn wir mal wieder mit sowas auch kämpfen können wär super wird mich auch gefreut passt da sind wir auch wieder auf 100% dann machen wir das als nächstes dann mach ich da gleich mal die Schnellreise damit die Mitglied mal dort hihauen kann passt dann würde ich sagen würde ich gerne mal die Schwert Schwert die zwei Double Schwerter da würde ich gerne mal nur mal anschauen nur mal anschauen 170 ist aber auch eh irgendwie klar dass die schwächer sind Stefan ja wenn ich so sich Waffen geschickt das 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 obwohl später werden wir sicher auch einmal spielen weil ich werde dann die ein oder andere Waffe wenn ich fertig bin komplett fertig bin gebe ich weg gebe ich safe weg 100% dass ich auch die anderen Waffen da nutzen kann Belohnungsgewinn ja damit wir auch wenigstens auch alles gesehen haben um das geht's mal das ist für mich halt wirklich sehr sehr wichtig das wir auch wirklich einmal alle Waffen wenn wir so durchprobiert haben Bindungsstufe weil da kriegen wir auch noch ein paar Fertigkeitspunkte noch zusätzlich noch extra also das ist eh schon einfach nur noch ein Gewinn ich will schon wieder rissen ich will schon wieder rissen ich will schon wieder rissen so jetzt noch mal nur ja ich werde gleich wieder ganz anders als mein Freund ich will gerne noch mehr ein bisschen mehr sehen ja scheiß Wurfdinger scheiß Wurfdinger das war schon wieder viel zu früh dass der einfach noch rauf springt der Havara das kann ich nicht mal abwehren dem scheiß Trick wenn der was wirft oder bin ich im Arsch daheim bin ich definitiv im Arsch daheim das taucht mir nicht das taucht mir nicht aber wieder ein Flüchtigen besiegt sehr gut sehr gut sehr gut wir sind aber noch immer nicht fertig was fällt da jetzt schon wieder den nächsten Schatz drüber na juhu na voll geil fällt schon wieder irgendein scheiß Trick da gibt es halt mal die ein oder andere Hiten da kann ich mir auch noch was vorstellen schau mal kurz da eine hätte ich gesagt gehabt vielleicht einmal kurz beim Banner vielleicht irgendwas aktivieren keine Ahnung Kamer umgewandelt jetzt ist auch nicht schlechter vielleicht gibt es ja irgendwas da haut ich gleich wieder da her vielleicht kann ich wieder irgendein Krieg oder sonst was man weiß ja nie vielleicht gibt es was gerade das schade ja die eine Kiste das ärgert mich das ärgert mich dass du wieder warten musst ah Kiste das 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 weil es sind jetzt nur noch ja wir sagen ja es sind eigentlich nur noch die zwei Gebiete die zwei Gebiete sind es dann noch dann sagen wir es ich würde es halt wenn ich schon unterwegs bin würde ich das schon gerne irgendwie fertig machen weil ich könnte mir da noch was vorstellen da kann ich mir noch ein bisschen was vorstellen und da vielleicht noch so halb ja eher vielleicht sogar noch in dem in dem Dorf da unten das kann ich mir vorstellen das werden wir eh gleich sehen weil ich glaube die Hiten entweder wir waren eh schon drin weil ich glaube eh bei der Hiten